Dynamische Kampftechniken Ästhetische Bewegungen Und perfekte Kontrolle für verletzungsfreie Partnerübungen Dies sind Merkmale der japanischen Kampfkunst Karate-Do Eine wichtige Grundlage für ein hohes Niveau ist die beständige Übung der Kata, der traditionellen Form Genau festgelegte Technikkombinationen der alten Meister dienen der authentischen Überlieferung und Praxis eines Karate-Stils Auch moderne Freikampftechniken haben sich aus der Kata entwickelt Dieser Film wendet sich an fortgeschrittene Schüler und Lehrer der Kampfkunst Und lädt dazu ein, einige Geheimnisse des Kata-Bunkai Das sind unterschiedliche Anwendungsmöglichkeiten der zum Teil verschlüsselten Kata-Techniken Kennenzulernen Bundestrainer Eftimius Karamizos und sein erfolgreiches Team aus der Nationalmannschaft Zeigen Bunkai-Formen aus den Haupt-Kata des Schottokai-Stils Ei, ei Ei, ei Ei, ei Ei, ei Ei, ei Ei, apa Ei, was Ei, ei Ei, ei Ei, ei Ei print weather Dad